Hier ist WDR aktuell live mit Jens Ohlesen. Guten Abend. Die Nacht werden Sie nie vergessen. In 3.800 Metern Höhe mussten Sie ausharren in kleinen Gondeln am Mont Blanc. Klingt super, vielen Dank an Claudia Kleinert. Und noch ganz kurz Fußball mit Vereinen aus dem Westen. Zweite Liga, Würzburg-Bochem 2 zu 0 und dritte Liga, Halle-Münster 2 zu 1. Das war's von uns. Und jetzt viel Vergnügen beim Kölner Treff mit Bettina Böttinger. Ein schönes Wochenende wünsche ich.